hey dudes und und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf unseren kanälen wie ihr seht ist der cd play schon sehr sehr beschäftigt und baut an seiner startrampe weiter und ich baue heute uns wieder zwei epic access und danach gehe ich bisschen gestein farmen damit wir schneller die rakete vervollständigen können das wäre der plan also und ich wollte gerade noch die letzten sauerstoff tanks auf perfekt das funktioniert so und die rr pickaxe wird wirklich dann mal zeit weil weil ich brauchst du schon langsam ja ich auch ich habe noch 500 die für die startrampe jetzt okay gut dann mache ich die schnell was mache ich jetzt gerade da habe ich wieder mitgenommen das war's mit der pickaxe gut ich hole dir schnell wegen dem farmen was du gesagt hast das muss ich so machen ich habe auch ein bisschen was jetzt fahren nicht fahren aber nicht beim dings nein nein bei uns fahren nicht bei der mine fahren wir bei mir weil ich das sowieso ausheben muss okay gut gut ich hab's gehört oder möchte ja ich weiß was du meinst wir haben jetzt fünfeinhalb stacks was eisen das ist ordentlich das würde ich auch sagen ich schaue jetzt auch gleich zum körper runter rr du machst du zwei area spitzende yoga du sollst nicht beim für holz haben wir hier haben wir auch das dort ihn noch lange Jo. Ich würde sagen, wir hauen uns hier nur nur Gestein rein zum Siegen. Ah, ja. Ich bring mal die übrig gebliebene Kohle hier hin. Das haben wir gerade gar nichts. Ja, die RR-Spitzhacker wäre dann halt noch das nächste. Warte, hier kannst du noch meine schnellen Hand. Die hat noch ein bisschen Old Jelly Baby. Dann baue ich die schnell unten. Willst du das essen? Komm mal runter. Essen wir das? Kann man das essen? Jo, glaube ich. 3, 2, 1, go. Nein, kann man gar nicht. Oh ja, ich habe es gegessen. Bei mir geht es nicht. Ich habe es gegessen. Ist das doof, oder was? Das bringt mir jetzt nichts. Egal. Also. So. Jetzt schaue ich wieder da hinten zu meiner Mine. Genau. Redstone Blocks. 4 Stück. Das haben wir hier. 1, 2, 3, 4. Dann noch Gravel. Feuerstein. Oh mein Gott, haben wir. Ja, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kann ich noch. Da kann ich ja noch. Red. Red vorausbauen. Und dann. Fackeln. Haben wir noch. Wenig noch. Voraus. Ja. Ich brauche Kohle. Und Holz. Das könnte sich. Haben wir noch irgendwo. Okay. Jetzt ist deine Spitzhack auch schon kaputt. Was? Ohne Scheiße. Ja. Scheiße. Gut, ich mache gleich. Und einen Moment. Ja. Sammeln nur kurz schnell den ganzen Shit hier an. Ja. Ist ich wieder hier hoch. Irgendwie. So da. Äh. Ganz viel Scheiße hier. Und Turf. Unser Lamp ist beschädigt worden. Nein. So ein Arsch. Creeper. Jo. Das ist so. Ja. Hängt die. Das habe ich. Das habe ich. Und echt noch. Schwarzpulver und Sand. Haben wir noch Sand? Irgendwo habe ich mal Sand gehabt. Ich denke. Auch acht Sand. Irgendwo habe ich mal Sand. Ja. Ich habe es glaube ich hier reingemacht. Vier habe ich schon mal. Mhm. So. Ich baue ein paar. Erdäpfel ab. Jojo. Dass wir die wieder. Braten können. Äh. Sand. Genau. Sand muss ich noch herstellen. Sand. Und zwar. Möchte ich das Rezept. Siliziumdioxid. So. Das haben wir glaube ich genug. Solche koche ich schnell ein paar Erdäpfel. Wenn nicht Kohle hätte. Wenn nicht Kohle hätte. Wie sieht es hier aus. Äh. Ich brauche nur mehr die Heavy Duty Plates. Okay. Also 10 brauche ich. Ah. Ähm. Wie heißt das Aluminium. Ähm. Ähm. Aluminium brauche ich. Unbedingt. Al ist ganz wichtig. Ich muss schnell von unten O und I holen. Ich schaue schnell aus was wir alles Al bekommen. Mann. Al. Al. Jetzt muss ich wieder nach oben rennen. Ah. Ohne die Pickaxe geht alles so langsam. Genau. Sag ich auch. So. Den ganzen Shit kann ich da in die Trashcan ranwerfen. ranwerfen. Und jo. Das war es eigentlich. Ja. Jetzt ist es eigentlich nur noch. Abbauen. Und. Auf Aluminium warten. Jo. Mehr nicht. Hast du alles reingetan wieder? Äh. Das was du gesammelt hast? Mhm. Nice. Nice. Also. Jetzt brauche ich noch Schwarzpulver. Das haben wir bestimmt auch hier irgendwo. Da. Ich schrape dich kündig wieder. Ich muss nur schnell. RR. Mit eingeben. Und dann sollte ich das haben. Ähm. Ja. Dann geben wir hier. Redstone-Blöcke habe ich. Dann das. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Dann crafte ich das schnell. Wo ist das? Ah, da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Schwarzbild und ich ganz leise. Das kennt eigentlich eh schon jeder Zuschauer. Ist doch egal. Ja. Hört mich schon keiner köpfen, hoffentlich. Ne, denke nicht. Ah ja, ähm. RR-Pickax. Wie sieht es schon damit aus? Ich denke, ich habe zwei fertig. So. Jo. Nice. Dort hinten. Oh. Oh, ich liebe. Ich liebe diese Pickaxe. Ja, ist ein bisschen schneller. Äh, da ist noch Essen drin, gell? Wenn du willst. Wo? Ah ja. Danke, danke. Ich gebe dir 8 zurück, gell? Hier. Danke. Hinter dir sind 8. Jetzt haben wir halt keine Zuvenidias. für unsere Rüstung, aber das sei langsam egal. Ich würde dabei halt keine Rüstung machen. Okay, gut. Dann könnte ich das alles wieder hier hin machen. Das, was ich nicht mehr brauche. Ist das nicht irgendeine Astronautenrüstung? Ey, keine Ahnung. Müsste ich schauen. Holz hier. Hier, das brauchen wir nicht. Silizium dahin. Silizium mache ich hier weg. Oh, das muss ich durchhasseln. Mondrasen hier hinten. Ich gehe dann farmen. Ja, aber bei mir, bitte. Jo. Bei dem Loch. Loch. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hm, hier einfach runter. Jo. Oder rauf, oder rauf. 6,6 Eisen praktisch. Jo. Jetzt geht's vorwärts. Es geht vorwärts. Hm, noch nicht ganz. Ja, noch nicht ganz, aber. So, das ist ein Block brauche ich. Hm, ich komme gleich zu dir. Die Minecraft-Engine kommt da noch immer nicht nach. Das ist traurig. Ah, Sauerstoff. Aufgefüllt. Sehr gut. Ist gleich voll, dann hau ich den noch rein. Und den hau ich hier rein. Möp. Ich weiß da noch gar nicht, welchem Rohr ich da mache. Das spielt doch keine Rolle. Naja, oh ja. Schon. Findest du? Ja. Hm, falsch. Hm. Das hier rein und dann ist es wieder gut. Da wieder so ein Moodort, ja. Ich muss das wieder nach unten bringen. Ich komme gleich, ich komme gleich. Ja, ja, kein Stress. Hm. Hm. So. Hm. Dreimal, dreimal. Und O hier hinten. Das H hier rein. Das Silizium hier rein. H hier. gut so wollen wir nicht noch ein zweites sieben machen ich schaue mal wie teuer das ist jetzt komme ich zu dir noch schnell den sauerstoff tank rausnehmen und auffüllen und dann komme ich zu dir also was muss ich abbauen das in dem kreis aber nur das im kreis ja mal so wie ich es gemacht ob so grüß zu kommen ich bin ich froh hier entweder untersetzen so war genau in etwa halt wirklich genau das kommt eigentlich ganz gut jetzt dass du was abbauen willst muss und tust essen zu wenig essen vergessen zu essen und schlechter noch dazu so ok nice so kann es funktionieren nochmal abbauen und hier so da hier noch abbauen nein noch einen weiter so sieht gut aus so meiner Seite wäre es schon mal jetzt habe ich glaube fast eins zu viel ja ist schon zu viel zu viel ok gut dann haue ich das wieder rein ich muss schnell mich entleeren gehen wie das klingt nicht pervers oder so ne ne hm oh ich muss das wieder heißen so ich bin eh gespannt wie viel erblick access wir dann dafür brauchen mhm na geht wenigstens schnell als mit einer herkömmlichen jo das ist hier rein füllen das zeug so hier das noch und hier kommt dann noch das ich komme gleich wieder ja ich überlege egal wie ich das so geschickt das ja das passt eigentlich schon so 5a 5a silknisch haben wir noch irgendwie wolle oder so fäden warte ich schaue schon ich habe glaube ich hier noch etwas gesehen das war falsch hast du noch fäden ähm äh äh bin ich ausgetimt äh äh es leckt glaube ich grad das selber ein wenig ja hat es gerade das habe ich kaum yes sollte es eigentlich ja nicht aber ja also wolle hast du etwas oder das passt schon ähm wolle habe ich grad fäden 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 habe ich auch gerade keine hohle ich mir die schnell so muss man noch hier hoch hüpfen und hier noch das hier platzieren so und jetzt soll ich dir den baumeisterstab bringen fäden dabei noch nicht dabei noch nicht dabei noch nicht wo hast du die crook wo hast du die crook 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 mhm 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 egal ich hole halt ein bisschen das war ein wenig zu knapp ich baue gleich drei crooks das sollte genügen sollte sollte ja so brauche ich noch glowstone ein bisschen und dann habe ich gesehen noch ein bisschen iron so stell dir das mal an ich komme gleich unser krater einfach mal und hier würde ich dann so du kennst ja so einen space shuttle so mit den orangen tanks und dem ganzen gell? auch und ich würde so einen space shuttle hier in die Mitte dann bauen gell? jo das halt so hinauf steht und die tanks aus den tanks fliegen wir dann mit den Raketen das wäre egal das wär mein plan schau mal her komm gleich hier hier dann das kann der locken ah das sieht geil aus und hier halt ganz weit runter dann jo und hier kommt das dann rein ich komme gleich ich baue mal jetzt zwei so wie sieht es eigentlich mit der Zeit aus? ähm 21 minuten ja machen wir dann Schluss jo ok passt so ich schau mal wie es mit dem aluminium eigentlich läuft nicht wirklich gut ich bin am sieben noch ein zweites sieb machen ok den ganzen moon turf und das ganze werfe ich weg ja moon turf? und habe nur moonwalk rein ah ja also wegwerfen musst du es ja nicht kannst du es ja andere kiste machen so ah nein ich werfe es jetzt weg weil wir kommen dann eh früher oder später noch genug mittlerweile kriegen wir ja nichts wichtiges raus ja das stimmt außer lapis lazio und redstone ja aber das brauchen wir jetzt noch nicht so viel glaube ich no im moment nicht so ich baue noch schnell die zweite das zweite sieben oder soll ich gleich drei machen also zwei im gesamten mhm mhm nicht ich weiß es gerade oh ja mach ich mach mal eins mehr mach eins mehr ja das reicht so ok das läuft ich weiß nicht ich mach glaube ich wieder glas haben wir noch SI irren jo sollte es haben ne nicht genug nicht schade halte ich bloß jetzt nochmal runter ja jo schön sollte es sowieso genügend haben das macht nix ja ja da werden wir schon genügend haben aaah SIU2 ja noch Fax hat schon vergessen so so und so 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 und jetzt sie so war sie so sie so sie so 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 und sie u2 und so und ein o nehme ich noch mit mhm da loben noch hinter n�c's so so bin ich doof S, I, U, Z Ich brauche noch mehr von dem Zeug Ah, hier habe ich ja noch Fäden Jetzt genügt es So, bleib hier Zack, 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 zack So, 24 Glas wieder und ich kann mit der Schüssel das machen und dann repariere ich das oben wieder Ich komme gleich Dann kann ich das auch noch schnell machen Hier, hier brauche ich das Das, das und das, das Und das mit der Verkleidung dann von dem Raketen-Dings das überlege ich mir dann noch wenn wir das machen Zeichne ich Skizzen Genau Ich komme gleich noch Fast perfekt So Jetzt brauche ich noch Eisen und ein bisschen Redstone, glaube ich Mhm Und dann sollte das eigentlich gut sein Glowstone und Eisen Glowstone habe ich, Eisen auch und dann brauche ich noch Eisen-Ingots So, da Bleib hier Dann baue ich das jetzt schnell zusammen Hier jetzt noch die Kuppel fertig bauen Eisen-Ingots Eins, zwei Eins, zwei So, und wo sind die Dinger Sehr gut Bekommt das Teil jetzt hier oben auch Energie Ich weiß nicht Welches? Das hier Ich weiß gar nicht welches du Das Sieb, weißt du Achso Ich habe jetzt noch mal zwei Sieben gemacht Schau mal runter Wo hast du die Siebe leicht hingedacht? Eben, ich weiss nicht wohin, das soll ich machen Vielleicht warte ich schon schnell Ach, ich habe noch, ich weiss wie Transfer Note haben wir auch noch eine Okay, soweit ich weiss Hier Alumn Kabel Ich weiss wo Gib her Gib her Gib her Was? Okay, nein Weiss ich doch nicht Oh ja, gib schnell Gib schnell Gib schnell Gib schnell Geht das nicht? Doch Bekommt das Energie Ja, es bekommt keine Sachen Gib schnell Ah, da brauchen wir noch Transferrober Ich probier schnell Hier noch? Ne, ne Das geht mit Transfer Note Leider nicht Sicher? Ne Geht nicht Ich probier schnell was Doch, sollte doch gehen Warte, warte, warte So geht's So geht's So geht's Lass, lass, lass Das hat er schon bekommen Komm schnell her So bekommt es keine So geht's Keine Items Ich weiss Oh ja Ähm, jetzt brauche ich nur noch so Transfer Notes Ne, nicht mit dem verbinden Das darfst du nicht verbinden Das machen wir halt Ein wenig unterirdisch Ich weiß was unterirdisch ist Ähm Ja, irgendwie so Also Also hier hab ich noch Eins Zwei Das darfst du halt nicht mit dem anderen da verbinden So Ja, die arbeiten jetzt Ich komm nicht hoch Musst du das so machen Hast du noch eins aufgenommen? Ne So So, jetzt sollte es gehen, oder? Ja Schon weg So Bekommen die auch genug Energie jetzt alle? Ich hoffe Nein, ich denke nicht Oh ja, es lädt sich nicht auf Fuck Und wie wärs mit nem Sterling Generator noch hier? Mit Aber da haben wir zu wenig Energie für das hier So Also Wart mal Ich baue mal die zwei Oh Gott Nein, das wollte ich nicht so viel abbauen Ich baue diese zwei mal ab Das geht eh nicht gar Genauso wie ich es mir vorgestellt hab Soll ich die Mal hier hin Dann schau, das zieht es nicht raus hier Ja gut, so viel Das hat sowieso genug Platz Für den Anfang Wenn wir da rauf gehen Ja dann Aber das zieht es trotzdem Ja Was denkst du so etwa? Das zieht es nun mal raus Aus irgendeinem Grund Wo? Mondgestein Ja Keine Ahnung Schau mal Ich hoffe wir produzieren jetzt genug Hafer hinten Wenn wir diese zwei auch noch anschliessen Ne, das wird zu wenig Was machen wir dann? Keine Ahnung Dann geht die Energie hier hin runter Oder du willst noch mal Eine unendliche Energiequelle machen Weil jetzt geht es schon runter Gehen wir die zwei nochmal weg Die Selling Generator? Und wie wäre es? Lassen wir mal einen hier Oh ja, lassen wir es dann Hier, das Mondgestein ist Wo geht das hindurch? Ich weiss nicht Weiss, ich baue es nochmal ab Keine Ahnung Gerade Schauen wir mal Ich werde jetzt eh dann Werden wir dann rauf fahren Ja genau Ja ich weiss wieso Hm? Ich weiss glaube wieso es abbaut So Ich schaue schnell So Das ist hier angehängt Ja das geht gar nicht Das müssen wir irgendwie anders lösen Warte ich baue hier noch eine Transfer Node Von unten heran Okay Und jetzt Noch eins weiter runter Brauchen wir zwar mehr Sachen aber Ja aber die Transfer Node kann es ja nur aus einem Ding rausnehmen Sicher? Nein es geht jetzt beides So Ja schauen wir mal Sollte es jetzt Sollte es gehen Ja Das müssen wir halt schauen Warten wir mal schnell das wieder zu Zubauen Irgendwie Ich gebe dir die Stamme Hier Ich baue du das schön schnell Kann ich jetzt alles dazu bauen? Ich denke es sollte jetzt gehen Ja Okay Hier noch das Sieb dran Oder? Jo Die Siebe musst du noch dran Ah genau Ja Aber da kommt ja jetzt gar nichts hinzu Sicher? Mhm Sollte es doch Ja Nun kommt es jetzt raus Immer noch? What? Scheiße Digga Nein Wenn ich so ziehe Die Energie noch weiter Scheiße Nein 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 Alles nochmal bauen Energie läuft noch Gott sei Dank Ja Sterling Ich hau mal alles weg Was unmöglich ist Hier habe ich noch zwei Drei Sterling Generator Das ist mir vorher auch mal passiert Weisst du noch Ja Ist dir gesagt Hier haben wir noch Hier Nein Hier ist mal So jetzt auf End stellen Und das hier ab Stell mal die Kiste Hine auf Dass wir das Zusammen Alles wieder einfügen können Dort wo sie vorher gewesen ist Zack Zack Hauen wir den Scheiß Alles rein Das nicht Das da So Und das hier Frank Dias Bevor die weggehen Mhm Ja ich würde aber dann Wer muss auch moderieren Oder auch moderieren Du dann Glaub ich ja Oh fuck Das war jetzt ein wenig dumm Ist doch egal Oh fuck Unten hast du ja nichts abgebaut Oder Hier brauchen wir noch Ich weiß woran es gelegen hat Kannst du mir noch so 12 Vernotes geben Ja Das ist auch falsch Ritter dir Hast du sie alle Ja Ja 12 Stück Geht's jetzt Geht's jetzt Und ein Sterling Generator Fehlt noch Hier Ja da Noch Gleich hat Oh Ja da drauf Platzieren Genauso Ich hab noch einen Ähm Hier ja vielleicht Mach mal hier Aber der bekommt jetzt Energie von Von einem bekommt der Energie Der bekommt auch von einem Wir haben zu wenig Energie Ja Und wir können nicht schneller machen Und der braucht dann noch das H Der braucht eigentlich dann auch noch das H Ja gut Schauen wir später wieder Genau Mal schauen Mal schauen Mal schauen Genau Gut Also wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Sag du Eigentlich Ja das stimmt Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Und ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Auch wenn das wieder mal eine länge Folge war Und ein bisschen verpeilt und so Aber Schaut beim lieben CDplay vorbei Und lasst ein Abo da Und was hast du sonst noch zu sagen? Ähm Daumen nach oben nicht vergessen Und Kommentar nicht vergessen Genau Also Tschö tschö Bis zum nächsten Mal Tschau Tschau